hallo leute und willkommen zu einem weiteren let's play und zwar let's play in diesem spiel meine damen und herren geht es darum während sich weitere 100 personen beziehungsweise im duo 98 person nebenbei kloppen geht es in diesem spiel darum zu landen an einem perfekten spot sich auszuholen wie wir hier zum beispiel risky nehmen er hat den capoeira sie sehen diese insel vor sich dort werden wir landen vorzugsweise dort wo etwas loot ist dann werden wir die busfahrer danken dankeschön busfahrer und werden waffen waffen sammeln auch schild und verbände falls wir von anderen gegnern angegriffen werden können wir diese benutzen um unser leben wieder auf 100 beziehungsweise maximal 200 leben hochzuhalten unsere aufgabe in diesem spiel ist es alle gegner zu eliminieren zumindest ein großteil mit waffen exklusion alles mögliche auch mit der spitzhacke das geht und den epischen sieg zu erringen dies kann man nur schaffen mit gutem teamplay taktischen vorgehen ressourcenmanagement und jede menge idioten was davon haben wir die idioten sind auf jeden fall vorhanden ressourcenmanagement kann man noch verbessern aber spaß und der skill den wir dort für brauchen steht immer im vordergrund und wir werden diesen skill jetzt nutzen um den epischen sieg nach haus zu bringen willkommen zu fortnite ich sehe eine kiste in diesem field auf der ganzen map verteilt auch von germholics bruchkürbel getauft gibt es sogenannte lud das sind diese kisten kann man öffnen und in diesem fall bekomme ich holz stein einen schilddrang und eine sogenannte er in diesem fall eine graue m16 beziehungsweise m4 beziehungsweise ist mir scheißegal wer sie wie nennt man kann jedes haus jedes beliebige objekt abbauen und ich glaube lorenz wird mir jeden moment einen reinholen wenn ich jetzt nicht die klappe halten her der abt jetzt ist es soweit ja mit dem bereiten mögliche abweckt ich hätte nur dort grüner nach der fähig nötig ist er als du mini schildes ich höre ich habe mich an den sie gehabt 0 so 100 vorher fing ich aber auch gerade ein jahre wenn ich habe keine mini schildes wieso warst du hier unten in meinem keller das ist nicht dein keller alles ist sowas von mein keller aber nicht in den in dem ludweg wenn wir im dusch spielen stimmt ist ja gar nicht mein keller ich hätte mich schon zehnmal hochbauen können ich musste mir gerade einen schilddrang reinpfeffern das liebte nein aber ich hätte jetzt noch ein bisschen für dich oder für mich je nachdem wir mit mir Prozent möchtest du ein bisschen egal wenn beide gleich viel Leben nehmen ihn und verschlingen kannst du Prozent Verbände oder MediPix decken das liegt da oben unterm Dach alter war das äh what oh da hin wurde ein Baum ab oh direkt Klos vor uns Klos vor uns Klos vor uns Allah wachbar da ja Moin er hat 100 Leben nur noch Wo ist er hin? Einen habe ich. Achso. Der sein Maid baut sich auf das Haus hoch. Oh. Oh, das ist blau. Oh. 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 Krampfhaft der Feier. Wir haben noch nie... Das ist die zählste Runde, die wir bis jetzt hatten, ne? Ja. Ich gehe mal hier hin zu den Häusern. Also ganz in... Ja, moin. Zone ist dann am Arsch der Welt in Bielefeld. Weil hier ist noch eine Kiste. Und noch allgemein Loot, glaube ich. Mit den selber reingehen. Achso, ja. Achso, nee. Na klar, logisch. Du meinest, da wäre noch einer, die nicht mit dem... Oh, ein Schlüftrank. Oh, geil, Alter. Den brauchen wir. Oh, noch ein Schlürfvieh. Alter, ich liebe Schlürftränke, ne? Das ist immer so lecker. Lecker. Hm, lecker, lecker. Lecker, lecker. Je nach der Runde gehe ich mal gerade kurz runter... ... was snacken. Nein. Also in 10 Minuten wieder da. Nö. Dann kannst du eine Runde Solo spielen. Abgelehnt. Hast du die im Auge, die vom Buddha gekommen sind? Nein. Verdammt. Hast du gehört? Ja, ja. Lila, ne Automat. Mit... ... ne P-20. P-20, der Doppelläufigen und ne Sniper für Stein 300. ... ne P-20, der Doppelläufigen und ne P-20. ... 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 ne P-20. Wohin? Wohin? Gehen wir? Oh, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist es doch... ... jetzt ist es aber gut. Oh ne Witz. Ich will eigentlich nicht nach Tomato rein, das ist so unübersichtlich Denk dran, die Zone kommt jetzt, ne? Ja Ja, lass mal hier vielleicht Oh, da wahren sich schon wieder weit an hier Oh, Alter Meine Fresse Vor allem mein Headset rutscht jetzt mal vom Kopf Weil du so mit dem ganzen Ge... Oh, lauf! Bin am Nase putzen Zone Jetzt ist der halbe Schmodder noch in der Nase drin Du ekelhafter Wieso hast du full life? Weil ich's kann und weil ich Bock drauf hab Weil ich Medi-Pack gefunden hab Geht durch den Tunnel Oh, Steine Granatwerfer Jumppads, oh Jumppads, ja Für Ich glaub Metall, ne? Ja 200, wie viel Metall hast du? Null Ja, wirklich null Ich geh und guck mal, wie viel ich aus dem Tunnel ziehen kann Was sind halt Autos Wie viel Metall hast du? Wirklich null Jetzt hab ich zwei Fuck, Alter Ja, ich bräuchte echt nicht mehr viel Das ist ja das Schlimmste gerade an der Sache Geh zu so einem Strommast hier, ey Man, jetzt so eine Sniper, das wäre echt dort feinatet Hauptsache, wir sind mitten in der Zone Die Gegner sind Es leben halt nur noch zwei Äh, drei Teams Ja, wir haben nur die eine in Risky gesehen und sonst nicht Da sind ja Safe-Welt drin Da sind ja Safe-Welt drin Da sind ja in Bauen-Welt auf jeden Fall Wo? Alter, dieser Bau-Fight da oben Ja, ja Da ist die vier, ey Oh, taktische und auch eine goldene Sniper Kein Schuss Perfekt, Alter Oh, ne, ich schieß den nur Scoped AR, ne? Fokutieren, Alter Da hätten sie ja auch noch Schüsse Wollen wir zu dem Warte mal Boah, Alter, als ob hier nirgends wo irgendeine Sniper oder sowas in der Art rumliegt Ich riech mich nicht auf Sieben Gegner Äh Hinten liegt nur noch überall Loot Ähm, bei das hier oben steht einer Bei den Hallen Zwei Zwei Sind bei den Hallen drin irgendwie Ja, wie verbleiben wir jetzt? Hinten liegt ne goldene Sniper Oh, Mann Wollen wir da hinwischen? Irgendwie nicht Okay, ich lass machen Alter, was ein Gebilde, ey Da würde ich nachher nicht mal runterfinden Oh, ne blaue Torn Oh, die Jumppads Wo war die goldene Sniper? Gegner Hinten liegt auf einmal hier eigentlich Baller weiter draus Hinten liegt ein paar Hints Hab'n, 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 down War der Solo-Typ Direkt? Ja, das war der Solo Wir müssen los Äh, ja Bruder muss los Über diese Schrei-Attack von dir Ja, wir sind safe hier vorne, welch drinnen? Yo, perfekt perfekt bei den hallen waren halt welche das wollen wir auf die hallen trau ich gehe auf die halle drauf oder wollen das was dann komplett habe ein habe noch ein lassen falle achtung hast du irgendwie noch ein big schild oder in einem ganzen wieder haben kommen kommen wollen die trick 17 war nur was ich schlage erst mal nach hier warte fahrrad wie wie denn über uns ja aber Sag mal, wie können die denn da durchs Fenster schießen, Alter? Ja moin, der schießt auch durchs Fenster. Die schießen beide durchs Fenster. Hab einen genockt. Jawoll! Ey, was war da für ne Runde? 7 Kills? Wie ich das angekündigt hab, Alter! Du schaffst am Ende von jeder Runde so, fast so, gefühlt. Das war eine mit der größten Runde. Ja, maul. Maul, lustig.